Gut, ich habe es jetzt 10.05 Uhr. Wunderschönen guten Morgen hier auf Channel 2. Wir starten jetzt mit unserem ersten Vortrag von Dominik Panzer. Der wird uns heute etwas echt Cooles zeigen, und zwar Live Refactoring of Legacy Code. Bist du so nervös wie ich? Absolut. Passt perfekt. Ich glaube, das Thema kennt ja jeder. Irgendwer schaut sich Coding an und findet dann da drinnen irgendeinen Schmus, den man am liebsten aus seinem Gehirn löschen möchte. Und wenn man dann draufkommt, okay, hey, das habe ich eigentlich selber verbrochen, dann möchte man sich meistens unter dem Teppich vorkoben. Genau solche Sachen zu finden, auszumerzen und das Ganze zu refactoren, das wird uns jetzt der Dominik präsentieren. Und ich wirke eben an dich. Bitte sehr. Jep, vielen Dank. So, solltet ihr eine PowerPoint sehen? Ja, warum geht es heute? Der Domi hat es gesagt, man stolpert ja öfters mal über Code und man sich denkt, oh, was ist denn das für Gaut und Rügen? Wer hat denn das verbrochen? Man hofft, dass man es nicht selber war, schaut in die Versionsverwaltung und will es schon abschieben zu dem Kollegen, der die letzte Änderung gemacht hat. Und dann war man es doch irgendwie selbst blöd. Ich weiß nicht, ist nicht immer blöd. Wenn man sagt, hey, mein Code von vor einem Jahr, der sieht nicht gut aus, dann heißt es ja, dass man denselben Code heute wahrscheinlich nicht mehr schreiben würde. Man hat was dazugelernt. Man hat was technisch dazugelernt. Man hat was fachlich dazugelernt. Und Historie ist halt Historie. Deswegen geht mit euch selbst und anderen Kollegen dann ein bisschen knäbig um, was man vor einem Jahr oder auch manchmal vor einem Monat, manchmal in der SAP-Welt auch vor zehn Jahren geschrieben hat. Das würde man heute wahrscheinlich nicht mehr so tun. Nichtsdestotrotz, was machen wir heute? Wir überlegen natürlich, wie machen wir aus so unschönem Code schöneren Code. Und Griffe, die da umhergeistern, sind meist Sachen wie Factoring, Unit-Tests und TDD. Und ich weiß, viele von euch üben das Ganze aus. Das haben wir auch auf der letzten Aberkonft gesehen. Da gab es einen Vortrag zum Thema Code-Cutters, wo halt kleine Übungen existieren, an denen man da das Ganze praktiziert. Und da sitzen meiner Erfahrung nach auch immer alle drin und sagen, hey, super, das klappt ja wunderbar. Bloß dann kommt halt der große Sprung. Der große Sprung vom simplen Code-Cutter, um was erklärt zu kriegen, zu der eigenen Code-Base. Der ist halt oft groß. Selbst wenn man irgendwo ein bisschen Greenfield machen kann und nicht gleich ins tiefste Legacy abrutscht, ist der Sprung groß. Und so habe ich mir überlegt, hey, Dominik, die meisten Refactoring-Cutters, die es so gibt, die sind eher übersetzt, sage ich mal, aus anderen Sprachen, aus JavaScript, aus C-Sharp und so. Und so typische Abwacht-Probleme, wie man sie eigentlich bei uns im System hat, sind ja gar nicht explizit gegeben. Deswegen habe ich selbst so einen Cutter geschrieben, schlechten Code. Kein Problem. Und den würde ich heute mit euch mal durchgehen und versuchen zu verbessern. Das heißt, versuchen zu verbessern. Versuchen zu verbessern heißt, dass der am Ende nicht perfekt sein wird, weil über Code gibt es viele Meinungen, was denn schön ist und was nicht schön ist, was clean ist und was nicht clean ist. Und außerdem ist meine Zeit beschränkt. Ich kann das nicht bis ganz zum Ende machen. Normal ist das so ein Workshop zwischen zwei und acht Stunden, je nachdem, was der Fokus ist und wie es gilt Detail. Ihr bekommt quasi jetzt die Schnellansicht und ja, das Code-Cutter ist am Ende dann auch auf GitHub verfügbar. Ich habe gesehen, es gibt noch drei weitere Talks zum Thema Testing. Deswegen habe ich mir überlegt, was ich nicht mache. Ich benutze keine Test-Teams, ich benutze keine Container, ich benutze keinen Inversion-as-Control, ich benutze keinen Constructor-Injection, nutze das aus meiner Sicht technologisch-agnostischste Vorgehen, was auch umgekehrt heißt, ihr könnt das eigentlich in dem System machen. Und ich behaupte auch, jeder kann das, was ich hier zeige, auch machen, ohne groß was lernen zu müssen. Ein cooler. Was wir uns anschauen, so im Schwerpunkt, sage ich mal, A, funktioniert der Code richtig, also Korrektheit mit Unit-Tests. Wir versuchen, unsere Variablen anständig zu benennen. Ich bin großer Fan der ubiquitous language, also der allgegenwärtigen Sprache, dass man als IT-Fachbereich in dem Code dieselben Worte verwendet. Und wenn die Domäne Deutsch ist und die Leute Deutsch sprechen im Break, dann nutze ich tatsächlich im echten Leben auch deutsche Begriffe in meinem Code, um diese Probleme mit Synonymen und Abkürzungen irgendwie zu umgehen. Heute ist es ein englisches Cutter, wir werden sehen, wie das Ganze läuft. Wir beschäftigen uns ein bisschen mit Conditionals, wie wir die schöner kriegen und natürlich, wie wir Abhängigkeiten auslösen. Das ist ja das ganze Problem, warum wir nicht ins Automatisierte-Testen. Ganz wichtig dabei, was ich immer zu den Leuten sage, Programmieren ist nicht irgendwie ein Wettbewerb, der die cleverste Lösung findet, sondern wer die einfachste und verständlichste findet. Unser Ziel ist ja, einfach einen verständlichen Code zu haben, der mit erwartbar ist und gut evolvierbar ist und nicht zu zeigen, dass wir die schlauesten Programmierer sind. Das hilft am Ende niemandem. Was werden wir nutzen an sogenannten Basic Refactorings, also ganz einfachen Mitteln, ein Code aufzuräumen. Manchmal werden sie auch Safe Refactorings genannt, was die IDE schon quasi für einen tut und dann da gar keine Fehler mehr reinkommen können. Soweit würde ich jetzt nicht gehen in der aktuellen IDE hier in den ADT, aber es ist schon mal ein guter Schritt. Wir werden natürlich Rename nutzen. Wir werden Konstanten extrahieren, um von irgendwelchen magischen Zahlen wegzukommen. Wir werden Variablen inlinen, damit das Ganze hübscher aussieht und nicht oben so ein riesiger Data-Block am Anfang steht. Wir werden Methoden extrahieren, um eine Struktur hinzukriegen. Meine Zielstruktur ist, dass am Anfang in einer Methode nur andere Methoden aufgerufen werden und dann so eine Art Geschichte entsteht und es eine andere Gruppe von Methoden gibt, die haben nur ganz wenig Code drin, aber rufen keine anderen Methoden an. Und letztendlich Unit-Tests. Das ist jetzt nicht unbedingt ein Refactoring, aber es ist im klassischen Sinne notwendig, um uns Sicherheit zu geben. Ich werde auch nicht wie auf der letzten ABAP-Con für irgendwie mit Golden Master-Testing arbeiten. Da könnt ihr den Vortrag anschauen, wenn der Riesen-Welt-Test geht. Ich werde einen alternativen Ansatz vorstellen. Und das Cutter, das wir heute machen, werden das heißt Metadata Manager. Was ist Metadata Manager? Das ist was aus der Utilities-Branche. Stellt euch vor, ihr habt in eurem Keller einen Stromzähler hängen. Einmal im Monat wandert ihr darunter am 1. des Monats, lest den Zähler ab, tippt das in so ein Kundenportal. Das macht ihr zwölfmal. Und beim zwölften Mal soll das SAP-System des Energieversorgers euch gleich eine Abrechnung schicken, weil dann sind ja für ein Jahr, für einen Grundszeitraum, alle Zählerstände vorhanden. Das Ganze wird auch ein bisschen plausibilisiert. Kein Hexenwerk. Ich verrate euch vorher diese grundlegende Information. Ihr könnt euch natürlich auch dran ansetzen, ohne Hintergrundinfone. Mein Ziel, generelles Wort zu zeigen, keine Perfektion, kein, warum machst du dies, warum machst du das nicht. Meistens ist die Antwort, keine Zeit. Und so wollen wir auch gleich einsteigen. Was ganz wichtig ist, ihr braucht dieses Tool. Also ohne Eclipse wird das Ganze ziemlich beknackt, weil in der SE80 ist meine These, schreibt man keinen Clean Code, weil alles, was Clean Code beinhaltet, ist viel, viel, viel zu aufwendig und da hat keiner Lust drauf, das von Hand zu machen. Nutzt die ADT zum 10-jährigen Jubiläum, ist ein richtig guter Startpunkt. Was mache ich als erstes? Wir haben diese Klasse, die heißt Metadata Manager. Alles, was auf Manager endet, ist schon mal schlecht. Das ist meistens so eine Müllkippe, wo man nicht weiß, was da alles reingehört und auch nicht, was es tut. Und als erstes, was ich mache, ich schaue mir den Code an und sehe hier oben, dass da irgendjemand so ein wunderbares Header in der Historie eingefügt hat und hat irgendwie eine Sprachausgabe hinzugefügt, hat hier geflucht, hat hier noch mehr geflucht und das Ganze seit 2012. Das interessiert mich meistens nicht. Das werfe ich erst mal raus, damit das Ganze schon kleiner ist. Ganz wichtig, im Echtfall, gebt Transportaufträge frei, nutzt aber GIP und nutzt die lokale Versionierung von den ADT, damit ihr kein Coding verliebt. Wenn ich dann weiter scrolle, wenn ich mir das Ganze so ein bisschen anschaue, auskommentiertes Coding, möchte ich auch gar nicht lesen, werfe ich raus, völlig schmerzfrei. Und letzter Schritt im ersten Wurf ist wahrscheinlich, dass ich ungenutzte Variablen entferne. Auch das räumt den Code frei von Sachen, die euch nicht zu interessieren haben. Und damit ist der Code im Zweifelsfall mal um 50% kürzer, ohne dass ich mich überhaupt damit beschäftigt habe, was dieses Ding tut. Also erst mal Entspannung herbeigebracht. Genauso Pretty Print sollte man auch immer tun. So, das ist der nächste Schritt. Ich schaue mir mal den Namen der Klasse an. Der ist nicht gut. Ich habe eine Methode, die ist Public. Die heißt Manage. Die hat vier Parameter. Meter Reading Value, das ist in Englisch unterwegs. Date, ein etwas kryptisches, namens VKS. Contract, das fließt rein. Und zurück kommt ein bolscher Parameter, ob es geklappt hat oder nicht. Success. Verwendete Datentypen, sehr simplifiziert. Okay, mal schauen. Dann, nächster Schritt für mich, kann ich das irgendwie testen. Um das herauszufinden, muss ich natürlich schauen, was hält mich denn davon ab, das Ganze zu testen. Und wenn ich so ein bisschen durchscrolle, sehe ich hier, oh nein, ein Datenbank Select. Das ist natürlich schlecht, weil das eine Abhängigkeit. Hierbei da unten habe ich einen Funktionsaufruf. Nehmen wir den bitte auch als externe Dependency. Soll außerhalb eurer Macht sein oder ein SAP-Standard-Fuber-Aufruf. Auch schlecht für automatisiertes Testen, mal Wiederholbarkeit nicht gegeben. Und zu guter Letzt verwenden wir auch noch das Süddatum. Wenn Datumsabfragen existieren und ich fülle es heute aus und morgen fülle ich den Test nochmal aus, dann kann ein anderes Ergebnis daraus kommen. Vielleicht. Um sich jetzt bei wirklich großen Refactorings zu orientieren, gibt es zwei coole Sachen. Es gibt einmal hier Add Bookmark. Das heißt, wenn man irgendwo sagen will, an der Stelle will ich noch was machen, dann kann man den hier abonnieren und sich so merken, okay, da war noch was. Da gibt es hier diesen Bookmark-View. Oder man kann es auch ein bisschen anders machen. Es gibt auch extra ein Task-View. Das heißt, man kann sich Aufgaben hinterlegen und sagen, hier Refactoren und gibt es noch den entsprechenden Task-View. Und hier kann man das Ganze auch abhaken. So kann man ein bisschen Strukturierung reinbringen in seine Arbeit. Papier und Zettel geht genauso. So, jetzt ist die Hoffnung da, wie steht es denn aus mit Testklasse. Oh, jemand hat eine Testklasse angelegt, das ist ein super Service. Aber die einzige Methode, die es gibt, Meter Reading, Value Not Supplied, geht einfach direkt auf die Nase. STRG Shift F10 rührt das Ganze aus, ist rot. Und wenn ich das Ganze auch nochmal ausführe, hier mit STRG Shift F11, mit der Testabdeckung, Code Coverage und die Einschale sehe ich unter Test, das ist eigentlich nichts, ist hier alles rot. Okay, das wollen wir ändern. Guter Ansatzpunkt ist sozusagen, hey, ich habe hier ein If, ich habe hier noch ein If, da habe ich ein Loop, da habe ich wieder ein If, ich habe hier also so ein feiner rechts, je weiter rechts Coding ist, desto tiefer verschachtelt es ist, je tiefer verschachtelt es ist, desto höher die zyklomatische Komplexität, desto mehr Zweige, desto schlechter Testfahrt, desto schlechter passt es in euren Kopf. Deswegen fangen wir einfach an, die mal aufzulösen. Ich sage hier, If Meter Reading is not initial, okay, was passiert denn? Stolz, 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 wenn es nicht der Fall ist, steige ich einfach aus. Cool, das ist der erstmögliche Ausgang, der schnellste Exitpunkt, wird ziemlich viel hier unten nicht ausgeführt, der Select auch nicht, das versuche ich dort mal irgendwie zu testen und drüber entdeckt, habe ich schon, Check is Customer, is not valid, das wird hier gar nicht geprüft, das lösche ich auch hier. Das heißt, das Erste, was jetzt zum Testen rankommt, wir nehmen uns diesen rudimentären Test und sagen, Data, 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 Manager, ist, New, äh, Metadata Manager, das ist die sogenannte Range-Phase, dann habe ich im Winnet-Test eine Act-Phase, ich sage nun nämlich, Data Success ist, managen, managen, da kommt schon alles mit, und am Ende habe ich natürlich noch den Insert, ich möchte ja, dass da der Negativ-Fall rauskommt, ich nenne es hier einfach nur Fehler, mal würde ich es natürlich ausführlicher machen, hier ist aber False, also Success soll leer sein, und das Actual ist meine Variante hier aus dem Test. Jetzt fähren wir hier noch die ganzen Parameter, die lege ich kurz an, einfach eintippen, und ich kann hier vier lokale Variable automatisch anlegen, leider werden die Typen nicht automatisch bekannt, ich kann das aber nachschauen über F2 hier, was das ist, und kann das dann nachziehen, und hätte es damit geklärt. Jetzt bin ich ziemlich sicher, dass ich mehr als einen Test brauche, das heißt, ich werde diese Dinge in Attribute konvertieren, um sie mehrfach nutzen zu können, und das werde ich aber nicht mit dem Metadata-Manager tue, ich werde auch kein Setup machen, was vielleicht gängig ist, warum seht ihr denn später. So, ich aktiviere das Ganze, die Hoffnung ist, dass sich jetzt im Test etwas Besseres ergibt. wir haben einen grünen Pfad, wir haben diesen Bereich hier oben mitgetestet, MetaValue as Number ist MetaReadingValue, und condensend das Ganze, hier oben sehen wir aber, das Ganze ist ein String, da könnte man auch einfach ganz schnieke das gut umbenennen, nach MetaValue as String, und könnten vielleicht sogar die Methode hier schon extrahieren, und nennen die einfach nach ToString um. Hier wird ungarische Notationen verwendet, die nicht normal rausrefaktoren, oder aus Zeitgründen mache ich das jetzt hier nicht, und habe dann das hier transferiert, und sage hier auch, bitte das Ganze inlinen, und da oben schon wieder eine Variante mit Pfad, kann das Ganze wieder aktivieren, ist der GSHIP 11 ausführen, und sieht immer noch genauso gut aus. So, jetzt wollen wir dieses IF hier irgendwie verkürzen, wir schauen hier runter, und kommen am Ende hier bei Successive Space raus, das kopieren wir, nehmen es weg, und tun es hier einfach hier vorne hin, und sagen Exit. Das Refactoring nennt sich Guard Clause, das heißt, ich habe jetzt eine Verschaffelungstiefe weggenommen letztendlich, und habe sie durch diesen frühstmöglichen Exit ersetzt, das Ganze kann ich natürlich wieder testen, und oh, das wird jetzt passieren, auch schlecht, das hat nicht geklappt, warum hat das nicht geklappt? Weil man für ein Guard Clause hier oben auch das IF invertieren muss, das gibt es leider nicht als automatisches, Refactoring, wir wollen natürlich nur aussteigen, wenn das Ganze Initial ist, haben wir gemerkt, unsere guten Testabdeckung mit dem Highlighting, das heißt, wir führen das Ganze nochmal aus, und jetzt sieht es wieder gut aus, super, Party on. Jetzt möchte ich natürlich das auch irgendwie, wie soll ich sagen, in die Methode auslagern, weil normal steht ja natürlich nicht nur Is Initial, sondern noch sieben andere Bedingungen, deswegen würde ich das gerne rausrefactoren, wenn ich nicht vertippe, aber hier gibt es kein Extract Method, warum gibt es hier kein Extract Method, weil dieses Exit im Weg ist, das muss man erst deaktivieren, dann kann ich hier Methode extrahieren, das Meter Reading is supplied, schauen wir das Ganze nochmal an, if Meter Reading Value is Initial, dann ist leer, das ist okay, aber du wohnst andersrum, wenn es not Initial ist, dann hätte ich hier gern aber true, weil dann haben wir den Positivfall, hier wieder pretty print, ich schaue oben in meiner Global Class, was hat das Factoring gemacht, aber es hat hier das Success gleich befüllt, das möchte ich natürlich nicht, ich möchte hier im Zweifel aussteigen, deswegen mache ich hier ein Check, Check Meter Reading is supplied und wenn der Check fehlschlägt, dann tut es uns hoffentlich jetzt weiterhin aus der Methode ausexilen. Das ist der G-Shift 11, sehr gut, hat geklappt. Gut, erstes Problem gelöst, zwei Methoden refactored und Ordnung angestellt. Jetzt haben wir das ähnlich nochmal, wir haben hier if Meter Reading Value größer 0 und die String Length von Meter Value ist String kleiner gleich VKS. Deutsch, Englisch, was kann das sein? Wenn man sich es ein bisschen überlegt, VKS, wenn ihr einen Zähler ablest, dann hat er wahrscheinlich eine gewisse Anzahl von Stellen und wenn ihr 1000 ablest, dann sind das vier Vorkommastellen und wenn das Parameter Vorkommastellen, das mitgegeben ist, halt kleiner ist, der Zähler darf nur drei Stellen haben, aber ihr gebt 1000 mit, dann soll es ein Fehler werden. Also VKS ist in dem Fall Vorkommastellen. Was dann ein gutes englisches Wort ist, müsste ich erst googlen, deswegen auch immer meinen Punkt, bitte nutzt Wörter in einer Sprache am besten, die Domainsprache. Ich lasse es hier jetzt erstmal spielen. Aber wir wollen natürlich das hier auch refactored kriegen. Für den Fall heute reicht es einfach mal, dass wir einen Test dafür beschreiben und nicht beide Bedingungen abprüfen. fangen einfach mal an, da was zu machen. Ich kopiere in dem Fall den Test, das würde ich im echten Leben auch nicht tun, sondern von Hand schreiben zur Sicherheit und nenne den Meter Value VKS Valid. Dann kann ich das komfortabel hier anlegen. Jetzt muss ich natürlich auch was mitgeben, bei meter reading value is close 100 und Falker S ist zwei zwei, weil wir wollen not valid haben. Kann ich gleich das Refactoring zeigen. Sehr gut. Jetzt wird hier gemerkt, meter reading. Sehr gut. Das nennen wir auch um. Wir wollen ja immer die selben Begriffe verwenden und damit sie das Ganze auch schon wieder sauber aus. Das heißt, wenn dieser Test durchläuft, sollte es auch zu einem Fehler kommen, weil 100 hat mehr Vorkommastellen als zwei. Wir machen wieder STRG-Shift. Testabdeckung hierfür ist gegeben, scheint aber nicht durchzukommen, weil hier unten kommen wir bei dem Else-Zweig wieder raus, wo Success wieder auf Space gesetzt wird. Sehr gut. Jetzt sind wir wieder im grünen Bereich. Wir können wieder Refactoren. Jetzt sehe ich gerade hier Usage und USG. Das ist auch unschön. Wir wollen Dinge gleich benannt haben. Das heißt, wenn es im Parameter Usage heißt, dann soll es hier auch Usage heißen. Außerdem sehe ich, dass sich das Ergebnis hier nicht verändert, egal auf was Usage gesetzt ist. Das heißt, ich kann den Zweig hier im Prinzip ausmachen. Dann wieder mal Test laufen lassen. Funktioniert wunderbar. Und jetzt mache ich das Ganze auch wieder mit Guard Clause. Ziehe das Ganze hoch. und bau den Exit ein. Passt das? Nein, das passt natürlich nicht. Wir wollen, dass der Positivfall ist. Dafür extrahiere ich erst mal noch hier oben. Das ist eine schöne Methode. Methode zum Ausdruck extrahieren. Das geht nicht, weil es eine inline deklarierte Variable verändert, nämlich Intervalued String. Kein Problem mit den ADT. Wir tun es wieder explizit deklarieren. Markieren hier wieder den Bereich, wo ich extrahieren will. Und sagt, das ist Meter Leading Value Voker as Valid. Das machen wir jetzt drei Importe und Returning. Okay. Jetzt haben wir das Ganze an. Mit einem bohschen Ausdruck gemacht. Ganz cool. Wenn das größer 0 ist und ich dringere ein kleiner gleich, das ist das vorher, müssen wir nichts ändern, dann sollte das hoffnungsvoll passen. Das heißt, was wir hier machen können, dann einfach sagen, check und löscht das Ganze raus. aktiviere das Ganze. ZLG Shift durch 11 und wir sind immer noch im selben grünen Bereich. Hier unten hat sich nichts geändert. Unten haben wir Code gespart. So soll es sein. So, jetzt kommen wir zur ersten kleinen Herausforderung. Das ist dieser Datenbank Select. Select ist schlecht, weil auf der Datenbank kann sich immer was ändern. Ist nicht gegeben. Im Entwicklungssystem ist vielleicht gar nichts drin. Es gibt nachfolgende Talks, ich zeige euch die Lösung. Ich zeige euch auch eine. Das Erste, was ich machen kann, weil es hier vielleicht auch safe ist, ich kann das Ganze extrahieren, weil darüber steht, alle Ablesungen ermitteln, dann nehme ich das doch einfach mal Geld voll Mieter Readings. Und schauen wir das dann an. Da kann ich den Kommentar löschen. Hier die Variable kann ich ganz getrost hinleiten und habe damit auch schon wieder ein bisschen was gespart. Am Code-Ergebnis sollte das nichts ändern. Um jetzt den nächsten Test rauszufinden, müssen wir laut meiner Methodik schauen, wo ist denn der nächste Exit, wo geht es denn nochmal raus, hier wird noch irgendwelches Coding ausgeführt, hier ist immer so Alright genug und hier, wenn Alright Space ist, soll es einen Exit geben. Wo wird Alright auf Space gesetzt? Alright auf Space gesetzt wird hier, auch mit einer doppelten Bedingung, wir müssten beide abprüfen, ich entscheide mich die erste abzuprüfen und die ist bei einer Liste von Zählerstempen, wenn der alte Zählerstand hier Old größer ist als der neue Zählerstand, was ja eigentlich nicht sein sollte, weil ihr verbraucht ja immer 1000, 1100, 1200, jeden Tag, wenn ihr runtergeht, hat sich euer Stromzähler weitergedreht, dann ist das nicht in Ordnung, weil wenn die Zählerstände zur späteren Zeit höher sind als zur früheren Zeit, das ist das sogenannte Überläufer in der Fachsprache und den versuchen wir einfach zu provozieren, aber dazu brauchen wir Sachen von der Datenbank. Das heißt, wir versuchen auf diese Bedingungen hier zu gehen. Wie mache ich das? Es gibt viele Möglichkeiten, Constructor Injection und so weiter, Test-Themes, aber ich will die API von dieser Klasse einfach gleich lassen, weil die wird so oft verwendet, ich traue mich gar nicht, das zu verändern. Test-Themes habe ich noch nie benutzt und irgendwelche anderen Mocking-Libraries auch nicht, also mache ich was ganz anderes. Ich sage erst mal, ich schreibe einen Test. Ich nenne den Meter Reading Overflow. Ich würde den anlegen lassen. Hier gebe ich jetzt was Valides mit. Für Date gebe ich auch nochmal was Valides mit. Und für diesen Contract gebe ich glaube ich meinen Dummy mit. Mal schauen, wie sich das entwickelt. Und auch hier soll man natürlich wieder aussteigen aus der ganzen Methode. Aber was ist jetzt mit meinem SQL-Query? Das ist sehr hart verdrahtet in dieser Klasse. Deswegen der Trick, es gibt ein Refactoring, das heißt Subclass and Override. Das heißt, ich lege eine neue lokale Klasse an, die heißt Netadata Manager Testable Definition Inheriting from ZCL Data Manager und da lege ich auch die Implementierung an und mein Ziel ist ganz einfach, ich will einfach die Klasse stattdessen testen und unbequemes Coding einfach redefinieren. Das heißt, ich nehme jetzt Get all Meta Readings, setze das auf Protected, damit es redefinierbar ist, gehe mal eine Local Types, die Protected Section auf, okay, das überschreibe ich und die Implementierung anwählen. Und hier tue ich stattdessen halt einfach nicht die Z-Klasse testen, sondern ich teste die Testable-Klasse. Soweit, so gut. Aber das Ding liefert ja kein Problem ab. Es legt manchmal auch Typen an, statt Datenbanktypen zu verwenden, die muss man dann auch auf die entsprechende Sichtbarkeit setzen oder letztendlich durch einen echten Dictionary-Typ ersetzen. Ich versuche das hier zu machen und das hat nicht geklärt. Protected Section. Achso. Oh no, to help. Jetzt. Jetzt teste ich eigentlich die Subklasse, aber hier kommt ja noch nichts Sinnvolles zurück und ich bräuchte jetzt irgendwie Testdaten. Was mache ich da? Ich gehe in die Datenbank-Tabelle, die abgeschreibt wird, hier, mache Open with Data Preview und da sehe ich auch wunderbare Testdaten. Könnte ich die bloß verwenden? Können wir? Wir machen Copy all rows as ABAP Statement. Und dann habe ich die quasi schon als Testdaten da. Die könnte ich jetzt hier fix reinschreiben, aber mir schwant irgendwie, dass ich mehrere Testszenarien habe, deswegen Hard codieren hier nicht unbedingt geben. Ich könnte natürlich noch eine andere Subklasse machen und es wieder machen. Ich ist und jetzt kommt dieses Value Statement jetzt auch einen Tabellentyp und das hat mir jetzt die Daten mitgenommen. Manchmal muss man hier noch ein bisschen korrigieren. Irgendwie hat es in einem Kommachen reingetan aufgrund des Datentyps. Das nehme ich noch aus. Und wir haben ja auch eine echte Vertragsnummer. Die würde ich hier auch gerne verwenden wollen. und ich tue das erstmal so stehen. So, jetzt habe ich meine Testdaten, die hängen hier in meiner Testklasse rum. Das sieht grauenvoll aus. Ich will ja eigentlich in meinem lokalen Fake hier drin haben. Deswegen machen wir das so, Public Section. Wir legen einen Konstruktor an. Und der importiert diese Tester. Die Komplettierung kommt sofort. Und diese Testdaten, die würde ich dann gerne in Get All Liter Readings zurückgeben lassen. Das heißt, was ich machen muss, ich brauche noch ein Attribut, All Meter Readings Type Z T Attribut Was ich jetzt mache, ich sage, hey, All Meter Readings bitte zum Attribut zuweisen. Und hier sage ich, was ist denn hier der Rückgabe Parameter RZ der Traum. Da haben wir schon noch ein paar Möglichkeiten aufzuräumen. Ist gleich All Vita Readings. Und jetzt meckert er noch, weil ich mich verschrieben habe. Und hier oben meckert er, weil ich mich auch verschrieben habe. oft. So, ich habe jetzt also eine Testklasse gemacht, die spezifische Daten, die ich im Konstruktor mitgebe, mir zurückgeben würde, in meiner Methode, die den SQL Select repräsentiert. Das heißt, die muss ich noch hier mitgeben, im Konstruktor. Overflow. Dann hätte ich das schon testbar. Jetzt nervt mich natürlich das Ganze, dass es hier so rumsteht und meinen Test zumüllt. Das interessiert ja keinen, deswegen extrahiere ich das auch und nennt es Get Overflow Meter Readings. Super. Dann muss ich natürlich noch diesen Zählerüberläuf irgendwie verursachen. Wir sagen, am ersten, zweiten hier ist der Zählerstand 110 und am ersten, dritten ist er dann nur 100. Dann habe ich auch schon meinen Zähler überlaut. Das sollte es nicht geben. Dann das Ganze aktivieren. Das war ziemlich viel Refactoring auf einmal. Guckt mir die Daumen, dass das jetzt hingehauen hat. Das hat hingehauen, allerdings nicht so wie er hofft. Warum hat es nicht so hingehauen? Wie er hofft, weil der zweite Check, den wir haben, der hier schlägt an, es sind nummerweise zwölf Zeilen. Das Coding läuft weiter. Das heißt, das kann man ganz einfach sich nochmal fixen, indem man hier ganz weiß, einfach mal was rausnimmt und jetzt ist die Hoffnung, dass das Ganze besser aussieht. Das heißt, wir auch abbrechen, leider nein. Da weiß ich jetzt leider nicht warum. Achso, ja, hier brechen wir natürlich ab. Dieser Loop wird natürlich immer durchgeführt, aber das hier unten wird nicht ausgefüllt. Entschuldigung. Insofern passt es. Jetzt kann ich mich darum kümmern, das Ganze ein bisschen aufzuräumen. Das scheint mir syntaktisch zusammengehören. Warum? Ich habe hier vorne einen Kommentar und hier so Leerzeichen. Das heißt, implizit hat hier jemand schon gedacht, ach, da ist ein neuer Sillabschnitt, das kann ich doch extrahieren. Und das nenne ich jetzt ganz schnö Enhance All Meter Big Readings. Das sieht furchtbar aus, es hat drei Importing Parameter und Changing Parameter. Aber das ist, wie es ist, es wird auch nicht so schön eingefügt. Das wollen wir noch ein bisschen pippen und können es dann im nächsten Durchlauf letztendlich schön machen. ReadyPrint hätte ja auch nichts gebracht. Den Kommentar habe ich weg und so habe ich wieder ein paar Sachen, die aufgeräumt sind. Dann habe ich hier diesen Loop, den wir auch abgetestet haben und zum Beweis und alles noch gut. Den würde ich auch gerne extrahieren. Hier ist wieder ein Exit. Exit muss ich dafür erstmal unschädlich machen. Sag das bitte extrahieren und ich nenne das jetzt einfach mal Check Overflow. den Zettelstandsüberlauf und das müsste er auch einen rückgabeparameter haben, damit wir es checken können. Das gibt es hier leider nicht. heißt, wir müssen nochmal hier hoch und sagen Returning Value Success Time Aber Google Dann können wir damit schon besser Arbeiten Success ist das im Prinzip was zurückkommen muss. Das ist momentan durch dieses All Right gegeben. Deswegen bin ich ganz dreist um Success Dann habe ich eine doppelte Bewegung. Das mache ich raus. X gibt es nicht. Es gibt noch Up True. Hier unten den Exit gibt es auch nicht mehr. Sollte mich nicht überschreiben. wenn ich etwas refactore sonst ist es gold und haut das hier um. Noch mal durchgehen, ob es von der Logik hier passt. Wenn ein Überläufer ist oder ungleich zwölf, hier können man eine Konstante extrahieren, dann soll der success space sein. Gut, finde ich gut. Den Methodennamen können wir dann auch noch ein bisschen philosophieren. Ich habe hier wieder meinen Aufruf. Den Kommentar kann ich löschen. Ich habe einen Check davor. Ich hoffe, dass das Ganze jetzt geklappt hat. Ich habe jetzt zum Glück meine Tests und wir hängen wieder an derselben Stelle. Wunderbar, hat geklappt, auch da Vereinfachung durchgeführt. Um jetzt in den nächsten Pfad zu kommen, müsste ich saubere Testdaten mitliefern. Das geht dank dem Trick, den wir gemacht haben, relativ einfach. Diesmal möchte ich sagen, es gibt keine Fehler, wir möchten einfach weitermachen, aber hier ist der nächste Ausstiegspunkt, wenn Usage nicht größer Null ist, dann steigt aus. Das heißt, mein nächster Test, den ich gerne machen würde, zeitlich gesehen wird das wahrscheinlich auch der letzte sein, den wir heute schaffen, ist mein Test hier S Zero Usage. Auch das kann ich hier anlegen. Das kann ich hier anlegen als Testmethode. ich möchte weiter, dass das Case rauskommt, aber diesmal brauche ich ja valide Testdaten mit einem Nullverbrauch. Wie mache ich das wieder? Gehe wieder in meine Data Preview, kopiere mit dem Schreibtor aus, sage, das hier brauchen wir nicht mehr, das wird noch inline können, sondern wir sagen, Data Zero Usage Meter Readings ist gleich dieses tolle Value Statement. Ich korrigiere wieder liebevoll von Hand hier das mit dem Komma. Wenn jemand einen guten Tipp hat, bin ich dankbar. Wenn ich jetzt Nullverbrauch haben möchte, also Endzählerstand gleich Anfangszählerstand, dann gibt es halt auch nichts abzurechnen, dann muss hier überall 100 drinstehen, weil der älteste Zählerstand ist 100 und alle anderen sollen dann genauso sein. Dann habe ich auch keinen Überläufer. Ich erfülle auch diese Bedingungen, dass es 12 Zählerstände insgesamt geben muss. Und dann sieht das Ganze dann hoffentlich auch gut aus. C-Tester sind mir mit Liebe von Hand gemacht. Hier fehlt noch der Punkt und hier unten muss ich, da habe ich schon 100. Super. Diese Zero Usage Meter Readings hatte ich hier rein und natürlich will ich meinen Test hier auch nicht damit vermüllt haben, sondern ich würde es wieder extrahieren in eine Methode Get Zero Usage Meter Readings. Gut. Hier in meinem Test kann ich das Ganze noch inlinen. Ein schöner Range-Kommentar gelöscht, das möchte ich nicht. Also unter Arrange alles, was den Test aufbaut, beekt dann, was er ausführt und insert die Prüfung. Aktivieren das Ganze wieder und machen es dir 11, ausführen mit Testabdeckung und kommen jetzt in diesen Fahrt runter. Genau das, was wir wollten, Calculate Usage kann ich extrahieren und damit sieht meine Klasse auch schon wieder ein bisschen freundlicher aus. So, nächstes Refactoring, das wir heute nicht mehr schaffen, ist natürlich hier, das wieder am Guard-Clause zu ändern und hier diesen Funktionsbaustein auch auszuknipsen für den Tests. Irgendwann sieht das dann ungefähr so aus. Ich habe die Methode Manage, die ruft nur andere Methoden auf und ich kann von oben nach unten schön durchlesen, okay, was passiert denn, weil alles auf einer Ebene der Abstraktion ist und am Ende letztendlich wird hier nur noch das Success-Parameter gesetzt. In allen Methoden, die hier aufgerufen werden, da stehen immer nur so drei bis fünf Zeilen Code drin, die sind also wunderbar verständlich und testbar und somit haben wir einen gewissen verbesserten Zustand aus meiner Sicht erreicht. Natürlich ist das kein Endzustand, meistens so, Kling Code ist subjektiv, aber was man noch machen könnte letztendlich, die Namen weiter anpassen, Thema Klassennahme, Methodennahme, das mit diesem VKS vortrüber stellen, man könnte ein paar Konstanten extrahieren, wie das mit in zwölf Monaten, die Tests kann man sich ja auch nochmal aufräumen, die Conditionals, wo jetzt zwei in einer Methode sind, kann man vielleicht nochmal anpassen, wir könnten diese ganzen Validierungen in ein Pattern packen als Value Objects, das wäre vielleicht beim nächsten Mal was Spannendes, dann kommt man auch zu so einem richtigen OO, das ist mal mit Objekten herumhantiert, ungenutzte Variablen, kann man nochmal prüfen, ob man sie löschen kann, String-Konvertierung extrahiert haben wir, Beinfolge kann man immer prüfen, ob wirklich alles ausgeführt werden muss und letztendlich ist dann wahrscheinlich meistens der Schritt, dass wenn man sich sicher fühlt, dass man in eine Art Dependency Injection geht. Das ist also viel möglich, viel zu tun, ich hoffe, ihr konntet da ein bisschen sehen, was das Vorgängsmodell ist, also letztendlich immer den ersten Ausgang suchen, Unit-Test schreiben für diesen Ausgang, Safe Refactoring und wenn ihr keine anderen Möglichkeiten habt, dann mit diesem Subclass Override letztendlich die Dinger auszuknipsen, die euch nicht gefallen, das steht auch im ganz historischen System. Was ich euch noch mitgebracht habe, links unten in dem Barcode, wenn ihr Lust habt, da kommt ihr zu meinem GitHub Repository, wo ihr dieses Codecutter findet, wenn ihr Menschen mit mir auch helfen wollt, noch keinen Organspendeausweis habt, das könnt ihr rechts auf dem Barcode tun, wenn ihr Fragen habt, meldet ihr euch gerne bei mir per Mail, per Twitter oder Mastodon und links findet ihr letztendlich die Linkliste von all den Sachen, die ich heute erklärt habe, vom Cleanup ab über das IOSP, das ist das Trennen von Integration und Operationen, Methoden, also nur Methodenaufrufe und nur Code, die entsprechenden Plagg-Ins, die ich verwendet habe und auch, vielleicht nochmal spannend, der alternative Ansatz über Grunden Master-Testing, den ich letztes Jahr vorgestellt habe. Und damit wäre ich dann auch am Ende meines Vortrages angelangt. Ja, vielen Dank, Dominik, das war super, in meiner Praxis zu sehen und das ist eigentlich eine perfekte Session gewesen, ein paar Slides, die gehören immer dazu, aber sonst Live-Coding, Live-Refactoring, da hat man auch die Power, glaube ich, ganz gut gesehen, was ADT eigentlich liefert und das mit dem GUI zu machen, mit der SE80 wäre alles ein bisschen schwierig. Natürlich, die Slides werden dann später so und so auch zum Downloaden sein, das heißt, wenn jetzt nicht alle Links und so weiter euch kopiert, habt ihr kein Problem, wir werden die alle zur Verfügung stehen, die werden über abob.conf.org über unsere Seite zum Downloaden sein.